Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Sein Mikrofon begrüßt Sie Ilong Hwang. Wasser ist wichtig, überlebenswichtig. Doch inzwischen ist Wasser auch ein wichtiger Diskussionspunkt für die Industrien geworden. Nicht nur, aber auch in Taiwan. Und über Taiwans Herausforderung in Bezug auf die Wasserversorgung soll es in den nächsten Folgen des Wirtschaftsmagazins gehen. Dabei beziehe ich mich auf Berichte und Analysen des taiwanischen Wirtschaftsmagazins Commonwealth. Zu meinen frühesten Erinnerungen an Taiwan gehörten immer Hitze, Feuchtigkeit und immer viel Wasser. Niemals hätte ich Taiwan mit Dürre und Trockenheit verbunden. Doch seit ich in Taiwan lebe, wurde ich eines Besseren belehrt. Schon in meinem zweiten oder dritten Jahr erlebte ich einen derartigen Wassermangel, dass sogar in Taipei das Wasser rationiert werden musste. In Taipei und damals noch Taipei County wurde in den verschiedenen Bezirken reihum das Wasser für die Privathaushalte für 24 oder 36 Stunden abgeschaltet. Kein besonders schönes Erlebnis, vor allem wenn man sich zwei Badezimmer mit 10 bis 15 verschiedenen Leuten teilen muss. Glücklicherweise hat sich derartiges in der letzten Zeit zumindest im Norden Taiwans nicht mehr wiederholt. Aber Taiwan hatte in den letzten drei Jahren zwei große Dürren erlebt, deren Bewältigung immer schwieriger geworden ist. Insbesondere in Zentral- und Süd-Taiwan sanken die Wasserlevel in den verschiedenen Staudämmen auf ein dramatisches Level. Angesichts der Wasserknappheit, die langsam zu einer immer ernsteren Tatsache wird, ist es für Taiwan immer wichtiger, eine Lösung zu finden. Auch angesichts des immensen Wasserverbrauchs der taiwanischen Halbleiterindustrie, aber auch anderer Industrien. Auch dieses Jahr sah es zunächst nach einem ernsten Jahr aus, was die Wasserversorgung anging. Wenn man im Frühling Gauchung besuchte, mussten einem die vielen braunen Flächen auffallen. Als es dann in der zweiten Maihälfte im Dürr geplagten Gauchung regnete, waren die 2,7 Millionen Einwohner in der Stadt im Süden Taiwans sicherlich sehr erleichtert. Der Wasserdurchfluss des Gaoping-Flusses, der Hauptschlagader der Stadt, erreichte am 22. Mai mit fast 30 Kubikmetern pro Sekunde einen sechs Monat Höchststand und Bürgermeister Chen Chi Mai verkündete, dass die Wasserrationierung der Stadt aufgehoben werden könnte, wenn der Pflaumenregen anhalte. Einen Tag später wurde man jedoch eines Besseren belehrt. Der Durchfluss des Flusses sank wieder auf 21,5 Kubikmeter pro Sekunde und erinnerte die Einwohner daran, dass das Gaopingwehr, das für etwa 70 Prozent der Wasserversorgung des Großraums Gauchung verantwortlich ist, seit Anfang dieses Jahres relativ trocken geblieben ist. Um mit der Wasserknappheit fertig zu werden, begann Gauchung schon im März den Wasserdruck zu senken, um Wasser zu sparen. Die ASI Group, ein großes IC-Test- und Verpackungsunternehmen mit Sitz in der Region, spürte die Auswirkungen und drehte oft den Wasserhahn auf, ohne dass etwas herauskam. Die Fabrik des Unternehmens grenzt an das Gelände, auf dem der weltweit führende Auftragsfertiger von CHIPS, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, einen eigenen Halbleiterkomplex bauen will. Diese Anlagen liegen im Herzen von Gauchungs künftiger wirtschaftlicher Lebensader, dem sogenannten S-Korridor. Doch in diesem aufstrebenden Industriecluster, das erhebliche Mengen an Wasser benötigen wird, hat ASI die Risiken der Wasserknappheit bereits so gehandhabt, als würde es in einer Wüste produzieren. In den letzten anderthalb Monaten ist die Wasservorsorgung in Gauchung auch für das Unternehmen auf etwa die Hälfte des normalen Durchflusses gesunken, obwohl ASI unterirdische Wasservorräte anzapft. Einen Kilometer flussaufwärts vom rechten Ufer des Gaupingwehrs liegt ein hyporäischer Wasserbrunnen, der etwa 10 Meter unter dem Flussbett verborgen ist. Hyporäisches Wasser, so erklärt das Magazin Commonwealth, unterscheidet sich von typischem Grundwasser dadurch, dass es dort auftritt, wo es einen porösen Raum unter oder neben dem Flussbett gibt und im Allgemeinen schneller fließt als Grundwasser. Dieser verborgene Brunnen kann unter allen Bedingungen Wasser liefern und wurde in den letzten drei Jahren direkt in eine Wasseraufbereitungsanlage geleitet, wodurch er zu einer regelmäßigen Wasserquelle in der Region wurde. Weitere dürreresistente Brunnen mit einer Tiefe von 120 Metern befinden sich in der Nähe des Dammes. Allein in diesem Jahr wurden entlang des Gaupingflusses 43 neue Brunnen zur Bekämpfung der Dürre gebohrt, die täglich mehr als 100.000 Kubikmeter Grundwasser abpumpen. Für den Durchschnittsbürger ist es schwer vorstellbar, wie viel Mühe so viele Menschen aufwenden müssen, um jeden Tropfen Wasser zu bekommen, den wir im täglichen Leben verbrauchen, sagt He Dafu, stellvertretender Direktor des Büros für Wasserressourcen der südlichen Region der Taiwanischen Wasserbehörde. Dazu könne auch der Versuch gehören, während einer Dürreperiode eine neue Wasserquelle zu erschließen. Im März bereitete die Agentur für Wasserressourcen die Bohrung von 14 Tiefwasserbrunnenfluss aufwärts entlang des Gaupingflusses in der Gemeinde Ligang im Bezirk Pingdong vor, und musste das Projekt jedoch aufgrund des heftigen lokalen Widerstands aussetzen. Statistisch gesehen gibt es in Taiwan reichlich Niederschläge, sodass das Land nicht unter Dürren leiden sollte. Dennoch wurde das Land im Jahr 2005 in einem Umweltnachhaltigkeit-Insex des Weltwirtschaftsforums auf Platz 18 der 146 Länder mit der geringsten Süßwasserverfügbarkeit pro Kopf eingestuft. Eine oft zitierte Studie, die aber seitdem nicht mehr wiederholt wurde. Der Widerspruch zwischen ausreichenden Niederschlägen und geringer Süßwasserverfügbarkeit ergibt sich laut Commonwealth aus der ungleichmäßigen Verteilung der Niederschläge und Taiwans geografischen Gegebenheiten wie steilen Hängen und schnellen Strömungen, die das Auffangen und Speichern von Wasser zu einer Herausforderung macht. So regnet es im Norden während des Winters häufig, im Süden hingegen bleibt es oft durchgängig sonnig und trocken. Das ist schön für einen möglichen Urlaub im Süden des Landes, um sich vom feuchten und kühlen Winter im Norden zu erholen, bedeutet aber für den Süden gerade in den letzten Jahren eine immer größere Herausforderung. Auch die angesprochene geografische Herausforderung kann man oft selbst beobachten. So kann man nach einem starken Regen volle Bäche oder Flüsse sehen, deren Wasserfluss oft auch eine relativ hohe Geschwindigkeit aufweist, deren Wasserlevel aber schon nach ein oder zwei Tagen wieder deutlich gesunken sind. Da die meisten Wasserquellen erschöpft sind, werden diese Herausforderungen immer schwieriger zu bewältigen sein. Verschärft wird das Problem durch die ständig steigende Nachfrage. Laut dem jüngsten Plan für Managing Taiwan Water Resources, der Taiwanischen Agentur für Wasserressourcen, wird die Wassernachfrage in Taiwan im Jahr 2036 immer noch um 7,3 Prozent höher sein als im Jahr 2021, was eine Versorgungslücke von 680.000 Kubikmetern pro Tag bedeuten würde. Selbst in Zeiten reichlicher Niederschläge werden die Städte an der Westküste Taiwans, angefangen von Xinjou bis hinunter nach Taichung, Zhanghua, Tainan und Gauchong, mit Wasserknappheit konfrontiert sein, so die Prognose der Agentur. Und wenn es nur wenig regnet, werden die Wasservorräte dieser Städte stark unter Druck geraten. Im Frühjahr 2021 erlebte Taiwan das, was Meteorologen die Jahrhundertdürre nannten. Nur zwei Jahre später sind die von der Dürre betroffenen Teile Südtaiwans erneut mit Wasserknappheit konfrontiert, nur dass dieses Mal bis vor einiger Zeit die großen Stauseen in der Region noch schlechter dran waren. Für eine gewisse Entspannung haben tatsächlich einige schwere Regenfälle während des Junis gesorgt. Und vielleicht hat man in Taiwan in der Vergangenheit auch nicht zu sehr am Ausbau der Wasservorräte gearbeitet, weil die Trockenheit oft nur von kurzer Dauer war, ehe dann schon wieder zum Beispiel Taifune für eine Entspannung sorgten. Doch Wetterexperten glauben, dass Taiwan in Zukunft noch häufiger und länger von Dürren heimgesucht werden wird. Deshalb muss Taiwan sowohl für seine Bürger als auch für seine Industrien an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. Und mehr darüber gibt es in der kommenden Woche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.